Ich bin dämlich. Ich habe vergessen, unsere Sounds anzumachen. Ja, Moin, sagt Lemmy noch vor fünf Minuten zu mir. Hör auf, professionell zu wirken. Vergessen. Ja, ich hatte nicht fliegen sollen. Eine Uhr? Oh mein Gott. Alter, ich bin an der Kack-Uhr vorbeigesprungen. How to be inkompetent in einem Nintendo-Game. Ja, ich hatte erst gesagt, ich habe gerade gesagt, ja. Ich glaube, ihr war im Schwanz drin. Ich war im Schwanz drin. Ich auch. Oh, bitte, bitte. Oh, bitte, bitte. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh, Luigi. Mann, ich raste. Oh nein, erinnere ich mich noch an den Level, wo ich das erste Mal gestorben bin? Nein, was? Oh ja. Das war richtig... Nein, ich wollte den Tanuki. Weißt du was? Wir lassen das am besten runter mit dem Level. Oh Gott, Luigi schlittert so dämlich, dass ich es manchmal nicht einschätzen kann. Das war dämlich. Oh mein Gott. 121. 121. 121. 121. Paul, fast zwölf so ein kompetent, um die Münzen zu sammeln. Ja. Vergiss nicht, eine Pause zu machen, wenn du müde bist. Ohl, ohl. Was ist heute los mit mir? Mein Gott, Luigi. Erst ist Luigi seine Switch kaputt gegangen und jetzt... Ey, weißt du, ich spiel das Ganze mit Mario. Ich rausserste mich. Ich wollte gerade... ...morgen in der Bild-Zeitung, 18-Jähriger, dringend 18-Jährigen zu Suizid. Ey, bin ich eigentlich so dämlich oder kann ich einfach nichts? Mal das. Und du hast Luigi die Schunk gegeben. Ich möchte bitte sterben. Was hab ich gesagt? Ne Menge down. Darauf erstmal kurz am Lippen. Eisteenlippen. Ich bin ganz offen und ehrlich. Vorgenommen hab ich mir für dieses Screen-Projekt 10 Tode. Hat super funktioniert. Das heißt Emote. Dann halt Emote. Jetzt beginnt das. Oh mein Gott, das fuckt ab, dass Luigi manchmal so schlittert. Ich liebe Waschbären. Du musst am eigenen Artikel-Jährigen machen. Die Musik macht mich zu provokar... Äh, provo... Äh, Deutsch. Provoziert mich. Provoziert mich. Oh, Luigi, du Opfer! Was kicherst du da, du? Oh, du bist süß. Ja, komm. Noch provokantere Musik geht nun wirklich nicht. Alles klar. Oh, war das wieder diese provokanten? Hab ich gar nicht mitbekommen jetzt. Vergiss nicht eine Pause zu machen, wenn du müde bist. Alles klar. Das war's dann mit meinem Taluki. Das war's dann mit dem Versuch. Ja, die passt schon. Alter. Ich glaube, ich kaufe mir morgen einen Boxsack. Bei 150 bekommst du... Hey, Christian. Ja, das... Oh, Junge! Dann bau einfach auf. Nein! Junge, das ist absolut... Auf mit dein Scheiß. Alter, Jordi! Kann der nächste... Ah, nee, ich weiß, was der nächste Level war und ich möchte ihn bitte nicht spielen. Weil... Weil Leute, alle, die jetzt unter 18 sind, sollten sich vielleicht die Ohren zu halten, wenn ich jetzt feile. Das war's komplett. Oh, ich hasse dieses Level. Oh Gott, jetzt braucht das so lange. Mein Gott. Junge, wo warst du? Ich hab mir was Fressen gemacht. Ich möchte bitte gleich... So was... Ich möchte gleich sterben. Von diesem... Junge, neuen Leben hab ich noch. Oh, bitte. Bei 175 machst du dann... Mario World Race mit mir. Nee. Mann. Nein! Marum schlittert! Hey! Huh! Fing! Gott, das ist jetzt nicht passiert! Fuck, ich muss aufhören, auf den Chat zu achten. Kannst du das mal übernehmen? Machen. Scheiße, ich krieg dieses Timing nie hin! Oh, Junge, haben das nach den letzten 15 Minuten, glaube ich, 20 oder 30 Devs geholt. Ich find's aber auch total gay. Du musst den Beat dich fühlen lassen, Paul. Ich muss den Beat fühlen, fühlst nicht. Ja, Junge, fühlst du nicht den Wald? Ich fühle grad das Anwendes. Dr. Bernd von Nussbaum, Family 3, Stamm 5 oder so. Nee, er heißt... Bei 175 machst du einen Mario World Race mit mir. Das gehört bitte im Stream-Best auf, lange. Ich glaub, bei 200 Toten habe ich schon mein komplettes Zimmer auseinandergenommen. Aber mit Facecam. Aber mit Facecam. Lel, er hängt da. Oh, boah! Oh, boy! Ja, ich fühl diesen Beat nicht, Junge. Was noch? Das muss ein Digital-Drama-Beat sein, das ich ihn fühle. Richtiger Lurch. Ich hasse dieses Game, Junge. Weißt du, ich geh sie mit der Motivation ran. Ja, das Game in der Kindheit hab ich richtig gesuchtet, bin ich gar nicht mehr schlecht drin. Komm, packen wir Lemmy dazu. Packen wir Lemmy dazu, wird entspannt. Oft werde ich wahrscheinlich nicht failen, weil ich das Game eigentlich, denke ich, mal gut beherrsche. Zack! 169 Tode. Ich feile andauernd. Das ist schon... Keine Ahnung, Alter. Ja. Oh, los. Irgendwann hat der Rick noch einmal gespielt. Oh, beruhig dich. Schlechter Spieler. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Das klappt, Alter. Paul, ich krieg... FUCK DEN KING DEN Paul, ich glaub, du brauchst mal einen Kamin-Tee. Nee, ich mach... Ich mach das einfach beim nächsten Stream weiter. Nein. Ich hab absolut keine Lust mehr auf die Sonne. Junge... Junge, es war grad so schön. Du musst weitermachen. Gerade wenn's toll ist, dann musst du weitermachen. Alter, wie wär's mit Nein? Junge, du... Danke, dass du im Spiel dabei war. Ja, wunderschön. Wunderschön.